So, es gilt ja x² hoch 3 ist x hoch 2 mal 3 und die Regel, die kann ich jetzt hier anwenden und dann habe ich, ich habe da x Viertel hoch 15 dividiert durch x halbe hoch 6. Gut, machen wir weiter und dann teile ich das auf, also wenn ich jetzt sowas habe wie a durch b², dann ist es a² durch b², das nutze ich hier aus und mache x hoch 15 durch 4 hoch 15 dividiert durch x hoch 6 durch 2 hoch 6. So, der, da will ich nicht hin, so, da will ich hin. Dividieren heißt mit dem Kehrbruch multiplizieren und ich habe also x hoch 15 durch 4 hoch 15, dann mal mal 2 hoch 6 durch x hoch 6. Und da kann ich jetzt hier jede Menge x wegkürzen, ist gleich, x hoch, es bleiben nur noch, wenn ich diese 6 kürze, es bleiben nur noch x hoch 9 übrig. Und klar, kann man im Taschenrechner machen, aber vielleicht schafft man sowas, vielleicht sogar im Kopf. Also ich habe hier 4 hoch 15, 2 hoch 6, ich kann den 4er nämlich, da mal eine Nebenrechnung, 4 hoch 15 ist ja 2 hoch 2, der 4er ist 2² hoch 15, also ist das 2 hoch 30. Also ich habe hier unten ein 2 hoch 30, ja, oben der x hoch 6 weggefallen, machen wir eins und hier habe ich ein 2 hoch 6. Und dann kann ich jetzt wieder jede Menge 2 erkürzen, also habe ich x hoch 9 durch 2 hoch 24 und das lasse ich so stehen, das tippe ich nicht im Taschenrechner ein, ist eine schöne Zahl.